Die Moschee ist für sie wie ein zweites Zuhause. Regelmäßig kommen sie her, nicht nur zum Beten. Zweimal pro Woche findet in der Berliner Dar es Salaam Moschee ein Deutschkurs für Flüchtlinge und Migranten statt. Sag mal, ich bin hier. Sehr schön. Ich lebe in Berlin. In seiner Heimat Syrien war Muataz al-Hamwi Pizza-Bäcker, bis er vor dem IS fliehen musste. Seit gut einem Jahr ist er in Deutschland. Ich komme schon lange zum Beten in diese Moschee. Aber ich will auch Deutsch lernen. Als ich dann erfahren habe, dass es hier auch einen Sprachkurs gibt, habe ich mich sehr gefreut. Das meiste erklärt die Lehrerin auch auf Arabisch. Normalerweise wird in Deutschkursen ausschließlich Deutsch gesprochen. So aber kämen viele hier nicht mit oder trauten sich gar nicht erst in den Kurs hinein, erklären die Initiatoren des Projektes. Wir bieten was sehr Niedrigschwelliges hier. Wir bauen die Brücke zwischen den Menschen und als Beispiel Volkshochschulen. Das ist ein kostenloses Angebot, damit die Menschen auf die Idee kommen, sich auf diesen Weg zu machen. Den Deutschunterricht zu den Menschen bringen, so das Motto der Initiative. Die Bundesregierung unterstützt das Projekt mit 1,8 Millionen Euro. Bundesweit beteiligen sich 30 Moscheen. Vom Kurs in der Dar es Salaam-Moschee sollen nicht nur die Teilnehmer profitieren. Die Gemeinde erhofft sich davon auch eine Imageverbesserung. Seit hier 2014 zwei islamistische Prediger auftreten durften, wird die Moschee vom Verfassungsschutz beobachtet. Wir arbeiten dran. Wir versuchen uns mehr zu öffnen, mehr Arbeit für die Mehrheitgesellschaft, um zu den Leuten zu zeigen, dass wir eigentlich, wir haben gar nichts zu verheimlichen. Zwei Jahre soll das Sprachprojekt für die Neuankömmlinge erst einmal laufen und wenn möglich Schule machen. Ich komme aus Silja.